Hallo miteinander, heute stelle ich euch mein Schlagzeug vor. Zuerst zeige ich euch die einzelnen Teile und wie sie klingen und dann versuche ich noch was zu spielen. Gut, es geht los. Hier seht ihr die Snare Drum. Die klingt so. Hier ist die Hi-Hat. Da kann man unten auf dem Pedal die geschlossen machen. Dann klingt sie so, wenn man weg geht vom Pedal, dann ist sie lauter und ist offen. Tom 1, Tom 2, Tom 3. Hier ist die Cowbell, auf Deutsch Kuhglocke. Und direkt darunter die Bassdrum. Spielt man mit dem Fuß. Dann gibt es noch ein Ride-Becken. Und ein Crash-Becken. Wenn man es ganz laut spielt, klingt es wirklich wie ein Crash. Achtung! Oh, es geht noch mehr. Genau. Gut, jetzt wisst ihr Bescheid. Und dann versuche ich euch jetzt noch was vorzuspielen. Okay, ich kann da einen einfachen Grundrhythmus mit Bassdrum, Snare Drum, Hi-Hat, den spiele ich erstmal. Und dann versuche ich noch zu variieren. Okay, könnt ihr mal gucken, was ich spiele. Vielleicht hört ihr die Cowbell, das Ride-Becken, die Toms, der Snare. Jetzt geht los. Untertitelung. BR 2018 Ciao!